Eine Rechenanweisung wird durch den Term x dividiert durch 3 plus 5 beschrieben. Was bedeutet dieser Term? Wir sollen dazu einen passenden Text anschreiben. Überlegen wir zuerst, wofür steht die Variable x? Die Variable x steht für eine unbekannte Zahl. Beweachten wir nun die Vorrangregel. Zuerst wird die Variable x also durch 3 dividiert. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass die unbekannte Zahl gedrittelt wird. Anschließend wird 5 addiert. Was bedeutet das? Es wird anschließend um 5 vermehrt. Als Text können wir das so formulieren. Wir vermehren das Drittel einer Zahl um 5. Also vermiere das Drittel einer Zahl um 5.